Moderne Kinder sind verdammt glücklich, denn sie haben eine riesige Auswahl an Spielzeugen. Ein Auto, bei dem man sich wie ein Rennfahrer fühlen kann? Bitteschön! Oder wie ein Baggerfahrer? Warum nicht? Auf einem Minitraktor fahren? Kein Problem! Heute zeigen wir euch, dass die Welt der Kinderspielfahrzeuge unglaublich erstaunlich und vielfältig ist. Volvo Mini Digger Den Titel des raffiniertesten Spielzeugs der Welt verdient dieser Volvo Mini Bagger. Die Entwickler behaupten, dass das Fahrzeug bei der Förderung von Kindern hilft, ohne dass sie vom Spielen abgelenkt werden. Und die Kinder haben vor allem Spaß daran. Das Fahrzeug sieht sehr realistisch aus und hat viele Funktionen. Der Bagger hat einen hydraulisch gesteuerten Manipulator und eine bewegliche Schaufel, die sich drehen kann. TRIBO 1060 W Okay, einen Bagger zu fahren mag wohl nicht jeder. Aber an diesem Spielzeug haben wir keine Zweifel. Wer fährt denn nicht gerne Motorrad? Um ehrlich zu sein, würden wir das auch gerne ausprobieren, damit wir genauso cool aussehen wie dieser Typ. Wisst ihr übrigens, was die richtig coolen Racer machen? Sie verschmutzen nicht die Umwelt. Dieses Motorrad wird von einem leistungsstarken, umweltfreundlichen 1060 Watt Elektromotor angetrieben. Er hat einen verstärkten, zuverlässigen Rahmen, Scheibenbremsen und Kettenschutz. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 25 km pro Stunde, kann aber auf 6 kmh begrenzt werden, damit auch die Kleinen mitfahren können. Das Mindestalter beträgt 5 Jahre. Der Spaß ist für euch für 600 US-Dollar erhältlich. Yamaha Aqua Cruise Was gibt es Schöneres, als im Sommer im Kühlen nass zu schwimmen, wenn es draußen heiß ist? Baden mit extra Spaß natürlich. Dies ist eine interessante Möglichkeit, sich abzukühlen und die Langeweile zu vertreiben, die von der Marke Yamaha angeboten wird. Der lizenzierte Roller wurde speziell für die Kleinen entwickelt. Er ist aufblasbar und nimmt im zusammengeklappten Zustand wenig Platz ein. Der darunter verborgenen Motor ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 3,2 Stundenkilometern. Das bewegliche Lenkrad sorgt für eine langsame Kontrolle. Das Spielzeug ist für Fahrer ab 8 Jahren geeignet, die bis zu 70 kg wiegen. Der eingebaute Akku hält etwa eine Stunde. Der Roller kostet übrigens 225 US-Dollar. TAU Raptor 125cc Manchmal sind Kinderfahrzeuge so realistisch und leistungsstark, dass sogar ein Erwachsener damit fahren will. Und dieses Quad ist ein großartiges Beispiel dafür. Das Modell hat ein sportlich-aggressives Aussehen und saubere, tadellose Formen. Der luftgekühlte 125ccm Viertaktmotor passt perfekt dazu. Ein verstärkter Rahmen schützt sowohl den Fahrer als auch die internen Komponenten. Dieses Quad wurde für die härtesten Einsatzbedingungen konzipiert. Es kommt mit fast jedem Gelände zurecht. Dank einer Bodenfreiheit von 13 cm hat das Fahrzeug keine Angst vor potenziellen Hindernissen. Eine ordentliche Federung von rund 35 cm sorgt für erhöhten Fahrkomfort. Nur der empfohlene Verkaufspreis ist nicht so toll und beträgt ganze 2370 US-Dollar. Moskvich Den Titel des cleversten Fahrzeugs haben wir bereits verliehen. Nun ist es Zeit für den Titel Vater des Jahres. Denn diese Mini-Version des sowjetischen Moskvich-Autos wurde von einem Vater gebaut, um sein Kind zu unterhalten. Das Auto ist klein, aber oho. Es fährt mit Gas, verfügt über einen eingebauten Luftkompressor, Luftzylinder und sogar elektrische Schalter auf der Instrumententafel. Diese betätigen pneumatische Ventile. Moskvich erinnert an ein echtes Auto, sodass das Kind zur Bewegung und Kontrolle nicht nur das Lenkrad, sondern auch die Pedale verwenden muss. Der Motor ist ein winziger Honda GX35 und der Luftbehälter stammte aus einer Paintball-Pistole. Wie viel das Auto kostet? Es ist unbezahlbar. So wie die Hände des Mannes, der ein solches Meisterstück vollbracht hat. McLaren 720 Ride-On Wenn es luxuriöser sein muss, sollte man auf Luxussportwagen achten. Denn die gibt es auch für Kinder. Zum Glück ist dieser McLaren nicht so teuer wie das Original. Etwa 300.000 US-Dollar. Das Modell ist um Vielfaches kleiner und kostet etwa 400 US-Dollar. Für dieses Geld bekommt man ein lizenziertes Elektrospielzeug, das unglaublich realistisch klingt und aussieht. Da es für Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren gedacht ist, gibt es drei Geschwindigkeiten. 3, 5 und 6 kmh. Innen befindet sich neben den Bedienelementen ein Armaturbrett mit Tasten. Hier kann man beispielsweise Musik einschalten oder Gadgets aufladen. Auch das Design der Flügeltüren ist äußerst realistisch. Yamaha SRX 120 Kinder haben ihre Lieblingsmarken. Eine davon ist Yamaha. Dieses Schneemobil sieht und fühlt sich übrigens genauso an wie ein echtes Schneemobil dieser Marke. Nur die Geschwindigkeit ist nicht so beeindruckend und beträgt 13 kmh. Todrod Hot Rod Zum Glück bauen heute nicht nur große Unternehmen hochwertige, skurrile Spielzeugautos. Dieser Hot Rod wurde von einem Handwerker im neuseeländischen Studio Tod Rod Shop zusammengebaut. Das große, laut summende Spielzeug hat ein charakteristisches Aussehen, das ein wenig an einen Ford B aus den 30er Jahren erinnert. Deshalb wird das Auto sowohl den kleinen Fahrer als auch seine Eltern begeistern, wenn sie auf Retro stehen. Die Kosten sind unbekannt, ebenso wie die Bestellmöglichkeit. Aber wir sind uns sicher, ein Auto, bei dem alle Teile von Hand gefertigt sind, lohnt sich allemal. Hyundai Mini 45 EV Nun ist es an der Zeit für unser beliebtestes Auto in diesem Video. Warum? Weil es für eine sehr wichtige Mission entworfen wurde. Schönheit und hohe Liebe zum Detail stehen hier nicht im Vordergrund. Eine spezielle Technologie überwacht die Herz- und Atemfrequenz der im Fahrzeug befindlichen Personen und analysiert deren Gesichtsausdrücke. Gleichzeitig erfolgt die Messung unterschiedlicher Fahrzeugdaten, wie der Geschwindigkeit, der Beschleunigung, Umgebungsgeräusche und Vibrationen. Basierend auf den enthaltenen Informationen versucht das Auto, das Kind zu beruhigen und zu amüsieren. Es gibt Arten, Übungen, Musik und Seifenblasen. Wozu das alles benötigt wird? Um Kinder in Krankenhäusern zu unterhalten. Dieses Auto wird für die Behandlung und Rehabilitation von Kindern in einem der Krankenhäuser in Barcelona verwendet und bereitet die Kleinen sanft auf die Eingriffe vor. Die Technologie wurde im Rahmen einer akademischen Forschungskooperation mit der University of Massachusetts entwickelt. John Deere Traktor Wie kann man ein Kind dazu bringen, im Haus mitzuhelfen? Man kann die Arbeit als Spaß tarnen. Und genau das tut dieser selbstgebaute Traktor, der in seiner Optik und Funktionalität die Maschine von John Deere emittiert. Die Steuerung ist einfach und in wenigen Minuten erlernbar. Danach kann sich das Kind wie ein echter Erwachsener fühlen. Schließlich steuert es nicht nur den Traktor, sondern kann auch die Position der Schaufel ändern. Eine bessere Maschine zum Ernten von gemähtem Gras kann man sich gar nicht vorstellen. Ups, wir wollten sagen, eine bessere Maschine für einen lustigen Zeitvertreib kann man sich gar nicht vorstellen. Venom 50cc Minijopper Wenn man sich die vielen realistischen Details dieses Motorrads ansieht, kann man kaum glauben, dass es für Kinder gebaut wurde. Und doch ist es so. Der Minijopper verfügt über eine leistungsstarke elektronische Zündung und eine Doppelauspuffanlage. Angetrieben wird es von einem Viertaktmotor mit einem Volumen von 50 Kubikzentimeter. Luftgekühlt übrigens. Dank des Automatikgetriebes kann sich der kleine Fahrer auf die Straße konzentrieren und nicht auf die Feinheiten des Handlings. Die Geschwindigkeit, die Minijopper entwickelt, beträgt 64 kmh. Kleinigkeiten wie Tacho und Scheinwerfer ergänzen das Bild eines perfekten Kinderfahrzeugs. Es kostet mindestens 1000 US-Dollar. Wir sehen uns beim nächsten Mal.